Ihr habt nachgefragt und euch eine Folge kurz erklärt über das SOS Kinderdorf Niederrhein gewünscht. Das ist der Grund, warum ich euch heute ein paar Fakten dazu mitgebracht habe. Und zwar wurde es 1969 gegründet und heute ist es eins der größten Kinderdörfer in Deutschland mit 300 Mitarbeitenden an über 10 Standorten. SOS Kinderdorf kümmert sich am Niederrhein um 2500 Kinder, Jugendliche und Familien in der Region. Und bis zu 100 Kinder und Jugendliche sind betreut in den Kinderdorf-Familien und den Wohngruppen vor Ort. Zusätzlich kümmern sich die Mitarbeitenden von SOS Kinderdorf Niederrhein um rund 600 junge Menschen. Und die werden angeleitet in Projekten und beruflichen Lehrgängen. Das heißt, die werden unterstützt bei der Integration in den Arbeitsmarkt. SOS Kinderdorf Niederrhein hat eigene Kanäle auf Facebook, Instagram, eine Einrichtungswebsite und eine Playlist auf YouTube. Also schaut mal rein und lasst uns ein Follow da. Vielen Dank!